Musik Um den Frieden in der Welt, lasst uns gemeinsam beten. Gott, Teil unserer Welt versinken im Chaos. Vor Gewalt, Terrorakten und Kriegen in der Ukraine, im Nahen und Mittleren Osten, in Afrika und an vielen anderen Orten dieser Erde stehen wir oft sprachlos da. Wir bitten dich, sende deinen Geist und eröffne Wege zum Frieden. Damit Kinder, Jugendliche und Menschen aller Altersgruppen Frieden, Freiheit, Sicherheit und Zukunft miteinander und füreinander gestalten. Amen. 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 Amen.